Verzeihung, ähm, sind Sie Single? Ja, ich glaube schon. Was ist das? Das nennt sich Volksbrause. Oh, verdammt süffig. Hat er dich hergeschickt, um ihm eine Limo zu holen? So einen Geizkragen hab ich ja noch nie erlebt. Wir bekommen hohen Besuch. Die CIA. Die echte CIA? Es geht also um Limonade? Ja, unsere ersten Akten reichen zurück bis in die Siebziger und den Kalten Krieg. Holen Sie mir noch eine Flasche davon. Das ist die einzige, die wir haben. Ist mir vollkommen egal. Holen Sie mir noch eine Flasche. Whisky Soda ist wirklich mehr, mein Ding. Hast du vielleicht das Rezept von der Volksbrause? In Berlin. Wir müssen uns diesen Alan Carlson vorknöpfen. Er hat sich letztes Jahr in Luft aufgelöst. Willst du wieder was streng? Ich hätte nichts dagegen. Ja, hier ist Schwester Alice vom Heimgarten. Hier passieren merkwürdige Dinge. Oh la la. Heiliger Strohsack. Endlich rührt sich mal was.